Die Formversorgung, die Münzeinheit in zwei Ständen, so für das kleinere und größere Geld. An Scheine hat man damals noch gar nicht gedacht. An Nachfolgemodellen, gell? Ja, das kam erst mal. Hier am Lautsprecher mit angesetzt, bei der Münzausgabe, dass die Sachen nach draußen kommen. Und dann entsprechend der Musik natürlich noch recht spitzige Dinger da. Ja, ja, weil es war dann auch ein Hightech. Ja, ich habe mich aber immer aufgeregt über die Musik und es hat keiner verstanden, dass man da was Besseres einmacht. Am Anfang, gut, super ging, dann kamen so diese Ausflüge, die uns sehr viel Geld gekostet haben. Ja, weil der deutsche Spieler will immer einfach spielen. Aber wir diskutieren ja sowas sehr oft. Es ist ja eigentlich einfach, das Problem ist, es war zu einfach. Ja. Und zwar, auf so einer Walzenteilung, da hat man, was weiß ich, da sind ungefähr 24 Segmente drauf auf der Walze. Das heißt, 24 mal 24 mal 24, da hat man wirklich eine Verteilung, dass man von Kleingewinnen bis zu sehr großen Gewinnen. Ja, aber auch wenn es scheint, auch ganz frisch. Hier hat man 6 mal 6 mal 6, das heißt 36, 880, 216. Das sind Möglichkeiten. Und...